Wir kämpfen in der Angleichung am TVED, weil in unserer Firma 60 Leute, wir sind ungefähr 200 Mitarbeiter, wo 60, sind noch sozusagen gestellte Mitarbeiter mit alten Charité-Verträgen, TVED, und die bekommen bis zu 800 Euro mehr als wir, ZPP Zeller, für gleiche Arbeit. Das extrem spaltet die Belegschaft und macht uns zu Menschen zweiter Klasse, so viele ich mich. Ich bin schon ein alter Hase, ich arbeite schon 15 Jahre unter Outsourcing und ungefähr seit zwei Jahren kämpfen wir so richtig um die Angleichung am TVED, um den Schlussmitspaltung der Belegschaft, eben einen Betrieb, einen Tarifvertrag. Aber politisch sind wir aktiv weiterhin um die Rückführung in Charité. Und wir haben dieses Jahre oder Ende letztes Jahr die Beschlüsse am Abgeordnetenhaus. Und wir machen auch auf die Politik Druck, damit die werden umgesetzt und damit die Rückführung zeitnah eigentlich passiert. Seit Mittwoch sind wir im Arbeitskampf weiter und heute unterstützen wir die Vivantes hier bei Aufsichtsrat. Und jetzt machen wir uns auf den Weg um die Streikende von Al-Soli-Streik bei den BVG-Angestellten. Da werden wir noch ordentlich Rambazamba machen. Alle setzen wir sozusagen am gleichen Bord. Wir sind ausgesorgt, um uns prekär zu beschäftigen, um die Tarifflucht und niedrige Lohnen zu bezahlen. Deswegen wäre es eigentlich sinnvoll, dass wir alle zusammenstehen für die gleichen Ziele und zusammen kämpfen. Was uns im Moment gezeigt hat, ist nicht so einfach. Aber trotzdem versuchen wir uns zu organisieren. Wir sind gut vernetzt in andere Töchter, outgesourcete Töchter. Ich kann selber, da ich unter die hundertprozentige Charite Töchter eingestellt bin. Wir sind sehr gut mit CFM vernetzt, mit Vivantes, mit den Therapeuten VTD sowie VSG auch von Vivantes. Durch unsere politischen Aktivitäten und in verschiedenen Organisationen sind wir auch, so wie BVG haben wir viele Leute kennengelernt und deswegen heute gehen wir, die auch unterstützen, um zu zeigen, eigentlich alle kämpfen wir für eine Sache. Und deswegen zusammenstehen, zusammen kann man das erreichen. Unser Ziel ist wieder Rückführung in die Mutterbetriebe und gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit. Ohne uns bewegt sich nichts in dieser Stadt.